Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisps. Wir sind beim letzten Mal gegen die Riesenspinne Mora angetreten und haben da erfolgreich den Schimmelwald abgeschlossen. Und jetzt müssen wir nochmal nach hier oben ins Eisgebiet und dann sollten wir uns zum Endgame aufmachen können. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wie ich hier oben weiterkomme, aber das werden wir gleich mal sehen. Vorher gehe ich aber noch in diese Höhle hier, weil wir haben jetzt die Lichtfähigkeit und können deshalb jetzt hier reingehen und erkunden. Bin mir sicher, wir werden noch irgendwas finden, was für uns lohnenswert ist. Hier ist Wasser. Ah, jetzt kann ich unbegrenzt unter Wasser atmen sogar. Ah. Nice. Das hätte ich mir vorher holen sollen, das wäre praktisch gewesen. Herzförmige Eichel. Ein wertvolles Geschenk. Gibt dem Moki die Eichel. Ach ja, stimmt. Der wollte ja was haben hier raus. Wow, Tee. Haben wir denn jetzt hier alles angeguckt? Man will ja nichts vergessen. Aber ich denke tatsächlich... Wir sind durch. Jupp. Toll. Hätte ich die Wasseratmung mal vor dem Wasserlevel gehabt, dann wäre das alles deutlich... ...deutlich angenehmer gewesen. Ach, komm. Okay, damit sind wir auch schon wieder... Da, gut. So, Herr Moki, ich habe hier eine Eichel für Sie. Meine Eichel, du hast sie gefunden. Ich werde sie nie wieder loslassen. Großes Geisterlichtgefäß. Sehr gut. Haben wir eine weitere Nebenquest abgeschlossen. So, na dann. Geht's jetzt nochmal zum Eisberg. Um rauszufinden... Wie in Gottes Namen... ...wir da weiterkommen. Mutai. Ich habe gesehen, was schriegt da... Achso, was hat er schon... So, mittlerweile 116 Mal gestorben. 16 Mal durch Ertrinken. 36 Mal durch Feinde. Nur 36 Mal durch Feinde. Und 64 Mal durch Gefahr. Alright. Wir haben jetzt 14 von 24 und 17 von 24. Dingsbumsen. Energie- und Lebenszellen. So, diesmal springe ich nicht zu weit. Sondern gleich da hoch, durch hoch muss. Zack. Zack, zack. Und zack. So. So, na dann gucken wir mal. Ich bin hier draus bisher noch nicht so... Ich habe jetzt die Flamme. Vielleicht bringt die mir ja was. We will see. Kann ich mal versuchen, den Bär nochmal zu wecken. Nö, jetzt ist es ihm egal. Na gut. So, nun mal ein Test. So, rein von der Logik her. Nein. Okay. Okay. Das ist es nicht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich muss halt da lang, aber ich raff halt gerade null. Wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich übersehe ich einfach wieder irgendwas. Ach, ja. Ich übersehe etwas komplett. Ich habe es dann abgetan, als der Schneeball, der da runtergefallen ist. Gott dammit. Na. Ach. Jetzt schießt der nicht mehr hier lang, Mann. Aber so verfehlt man's. Ah, jetzt hat er mich. So, nun Kackratzer. Ey, dann hab ich wirklich das Rätsel des Lösungs beim letzten Mal tatsächlich schon gesehen. Bin dem nur einfach nicht nachgegangen. Oh boy, das kann sehr, sehr nervig werden. Ja, aber jetzt? Kann man die schlagen? Kann man die schlagen? Ja. 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 schon. Was ist mit ihm? Hm. Hm. Och. Komm. On. Dude. Seine Sounds sind so komisch. Jetzt schießt er wieder da oben drauf. Alter, fuck mich nicht ab. Noch. Hm. Hm. Das Zeitfenster ist so übelst kurz. Jetzt schießt er wieder da oben ran. Jetzt schießt er dagegen. Was ist mit ihm? Och. Komm. On. Ey. 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 Jetzt schießt er gar nicht mehr. Was ist denn mit diesem Dude los, Mann? So, warte mal. Jetzt ist natürlich die Frage. Gibt es irgendwas in die Richtung hier auch? Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber, ja. Dann bin ich da. Und was mache ich dann? Okay. Die Attacke ist irgendwie scheiße. Und was mache ich dann? Sicher ist sicher. Ne. Bringt absolut. Warum sollte Feuer auch was bringen? Das... Nichts. Nichts. Nee, nee, ich muss schon. Ich muss schon da rüber. Oh, oh, oh. Warte mal, Test. Nee, ist egal. Okay. Ja, das ist jetzt gerade meine Frage. Und was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich hier. Da ist ein Hebel, da drüben. Aber da drüben kann ich ja nicht ran. Warte mal. Nee, es geht auch kaputt. Ha. Das ist jetzt gerade so mein Ding. Was mache ich jetzt? Ach, Moment. Nee. Ist auch zu. Hä? Ich raffe das Eisgebiet gerade noch so gar nicht. Jetzt dachte ich, ich hätte den Schlüssel zu meinem Glück gefunden. Aber nein. Au. 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 Ich raffe gar nicht, was ich tun muss. Ich raffe gerade überhaupt nicht, was ich machen muss. Guck mal, selbst hier, hier ist ja auch nichts, woran ich hoch könnte. Also wenn ich jetzt noch länger nicht raffe, muss ich mal nachgucken, weil es ist ja für euch auch scheiße, mir jetzt hier zuzugucken, wie ich einfach so ein absoluter Nullchecker bin. Die Fee, ach, ist da Wind zufällig? Eigentlich nicht. Nee, da ist auch kein Wind. Also ich kann auch da, ich kann auch mit der Fee, ah, Moment, Fee da, maybe. Nee, ich kann die nicht mal richtig benutzen da oben. Hä? Wahrscheinlich sitzen jetzt alle gerade so voll im Bildschirm. Ich raffe gerade überhaupt nicht, was passiert. Nee, auch nicht. Ähm. Äh. Hä? Ich, da unten komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter. Ich bin gerade einfach in einer kompletten Sackgasse. Also, sicherlich nicht, aber... Ach, Moment, ein... Ja, das bringt mir ja auch nichts. Nichts. Au! Au, nicht. Äh. Ich bin so lost Ich hab also auch wirklich Meistens hab ich ja ne Idee Was ich machen kann Aber ich hab grad halt nicht mal ne Idee Jetzt schießt der wieder da oben gegen alter Ja, aber das bringt mir ja nichts Es bringt mir einfach nichts Hier zu sein Ich dachte erst hier drüben rein Aber da sind ja auch Stacheln drüber Ach, Moment Ein, zwei, hab ich noch Ach, Moment Nee, auch nicht Dachte vielleicht, wenn man die Dinger mit dem Eis beschießt Ähm Ich Der bleibt stur Mann, es nervt mich Dass ich immer wieder diese Folgen hab, wo ich so Wahrscheinlich ist das hier auch Irgendwie wichtig, aber Ich weiß halt auch hier nicht Was ich damit machen kann Oh, Moment Ach Ja Wait Das ist es Nein Daneben Ah Echt jetzt Okay Ach Leute Ich bin manchmal so lost Immerhin hab ich's noch selber rausgefunden Oh boy Meine Fresse Ja Weil ich hab die ja schon gesehen Aber ich wusste halt nicht, wofür sie da sind Okay Ach Ich bin manchmal so unfassbar schwer von Begriff Das ist wirklich manchmal peinlich Ah Ach Ach Come on Ey Gut, also an deinen Zielskills müssen wir aber mal arbeiten Ey Das ist ja furchtbar Ja 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 Im hohen Bogen über mich hinaus Das ist unfassbar Alter Das gefällt mir nicht besser als vorher Mal ganz ehrlich Och ey Und dann bin ich auch noch scheiße Und der zielt scheiße Und Das in Kombination Ziel doch mal bitte nicht immer 5 Trilliarden Meter Über mich drüber Mann So Ist da drüben jetzt auch das Eis schon weg Oder noch nicht Ich land wieder auf dem Bären Okay 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 Zack Gut Dann erstmal hier lang Hebeln Hebeln Oh boy Das ist mir jetzt schon irgendwie so peinlich Okay Was kann ich mit dir Nichts Befangen werden Na gut Ach Um wieder rauszukommen Okay 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 Ich hab wirklich das Gefühl manchmal dass mein, so mein Videospielgeist in den letzten Jahren, je mehr sich meine Prioritäten eben auch dann logischerweise teilweise in Richtung Arbeit und sowas schon haben, desto dümmer bin ich wirklich geworden. Das ist sehr faszinierend. So, hier ist wieder alles eisig. Was bist du? Au. 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 Oh, jetzt hat er mich halt in der Ecke und ich bin halt verflucht zum Okay, das war ihm herzlich egal. Äh, okay, warte mal, das ist Sand. Ah, okay, Moment. Aber was genau mache ich damit? Die Pflanze da? Ach, da muss es hin. Oh, das ist ja mal gar nicht mal so leicht. Sehr groß. Das ist so shield, my friend. Okay. Also erst mal muss das Feuer hier hin. Okay, alles klar. Zack. Okay, das ist aber... Ich denke, da ist noch irgendein Zwischenschritt nötig. Weil das erscheint mir sehr ambituliert. Ich muss irgendwie dafür sorgen... Kann ich einzelne Sachen auftauen? Geht das? Kann ich jetzt zum Beispiel dafür sorgen, erst mal? Nee, okay. Ich muss ja... Also ich muss, glaube ich, das weiterschießen, dann hier rein, dann hinterher und es dann nochmal schießen, würde ich jetzt denken. So. Ne, ne, ich muss es schon einmal erst mal höher schießen, glaube ich. Ich glaube, das ist schon der Fall. Oh. Das ist hart. Oder ich denke, hat man wieder viel zu kompliziert. Aber das schaffst du doch zeitlich nicht. Hm. Warte mal. Gibt es vielleicht irgendeinen Trick? Na, gerade habe ich das Gefühl... Nee, aber das hier kann ich nicht benutzen. Nee, nee. Ich muss schon... Ich muss schon erst mal... Ich muss schon erst mal das schaffen. Es scheint jetzt so gesehen erst mal kein Trick dabei zu sein. Jetzt bist du wieder da? Come on, dude. Ach, jetzt lebt der noch. Hm. Ach. Nee, nee, das macht auch keinen Sinn. Den als Abstoßmöglichkeit nehmen. Man braucht halt viel zu lange, um am Boden anzukommen. Ich bin mir nicht sicher gerade, ob mein Denken richtig ist. Aber... Es muss ja bis hier drüben fliegen. Das sehe ich gerade selbst mit... Selbst wenn man das schaffen würde, den hier zu machen. Sehe ich das gerade nicht passieren. Vor allem da ich nicht... Das war mal nicht so sonderlich. Hm. Moment. Ein anderer Versuch nur mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich nicht in den Top treffen. Sag mal, was ist denn das jetzt? Okay, also dass man die Wand dahinter treffen muss, scheint es auch nicht zu sein. Mann. Goddammit. Ich treffe halt zieh sich ja immer in den Topf, Alter. Wenn es darum ginge, wäre ich der absolute King. Ja. Hm. 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 Okay, das wirkte fast wie der beste Versuch bisher. Okay, ich darf es natürlich nicht an die Decke schießen. Nein! Oh, hat gereicht. Okay, wieder viel zu kompliziert gedacht. Wieder viel zu kompliziert gedacht. Das ist noch nicht auf. Ah, denn nach wie vor ist es nicht, ob man nicht vielleicht den da reinballern muss. Boah, Alter. Boah. Ich habe so ein Anti-Talent. Das ist unfassbar. Deutschland sucht das Anti-Talent. Okay, das scheint es nicht zu sein. Gut. Mein Fresse, ey. Ich bin manchmal wirklich schockiert von mir selbst. Ach, das Feuer brennt immer noch nicht. Boah, das hätte ich jetzt gedacht, hoffe gesagt. Wer war denn nun? Oh, okay. Oh. Okay. Achso, ich muss mich auf den Hof wahrscheinlich. Ist egal, es ist auch ein Schlagabtausch mit mir. Penner. Oh Mann. Ich bin so schlecht, liebe Freunde, so schlecht. Okay. Boah ey, also mit dem Gebiet tue ich mich grad aber mal hardcore schwer ey. Ich raff ja gar nix. Okay, Game lagged. Game ist eingefroren. Okay, das Spiel ist eingefroren. Also bei mir läuft Ori sehr unrund, muss ich mal sagen. Ich habe ja wie gesagt auch andere Games gespielt, da lief alles butterweich. Ähm, ja, gut, dann würde ich mal sagen, war das das für diese Folge. Ich werde Ori dann jetzt neu starten, mal gucken ob ich heute noch eine Folge aufnehme, ist nämlich schon recht spät. Aber ich denke, eine mache ich noch. Ähm, ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, euer Gauton und ciao!